Wahnsinn! Ich bin geflogen! Ich bin geflogen! Lucy! Graf, gehst du davon köst, ne? Können wir das nochmal machen? Lucy? Lucy! Was machst du da unten? Ich geh mit einem alten Bekannten was trinken. Bei dir gibt's ja nichts mehr. Ich brauch jetzt etwas Kräftiges. Gehen wir. Das macht mich wahnsinnig! Was ist? Bin ich schlecht geschminkt? Ich habe jemanden gefunden. Jemanden, der dich malen kann. Ich komme nicht mehr mit diesen Stümpern. Warum sollt ihr das plötzlich kennen? Meine Liebe, es gibt Maler und Maler. Und was ist das für eine? Bestimmt wieder so ein alter Trottel. Es ist ein außergewöhnlicher Künstler. Ein junger Mann. Mit einer besonderen Technik, die es erst seit kurzem gibt. Du willst mich loswerden. Ich geh dir auf die Nerven. Es handelt sich um eine spezielle Methode, in Wien entwickelt. Sie kann das wahre Bildnis einer Frau enthüllen. Wenn es dir nicht kombiniert, sage ich dem Künstler selbstverständlich ja. Eine neue Methode? Die Empfehlung eines namhaften Spezialisten für Reflexionen. Wo ist dieser Künstler? Dann bring ihn her. Husch, husch. Nein, nein. Du musst zu ihm gehen. Aber ich bin schon im Nachthemd. Er braucht seine Umgebung für seine Inspiration. Also gut. Wie sehe ich aus? Du hast es schon wieder gemacht. Aber das passt dir viel besser. Aber mir passt das nicht. Was fühlt sie äußern zu mir? Meine Frau. Ich hasse sie. Wie sehe ich aus? Du hast heute noch nichts gesagt. Sie ist heute entzückend aus. Was ist der Fall für die Klinik? Ich habe jemanden gefunden, der dich malen kann. Ich kann sie nicht malen. Ich muss sie erst kennenlernen. Wenn das Bild am Ende der Nacht nicht fertig ist, werde ich dich töten. Stellen Sie sich vor, wir wären uns schon mal begegnet. Was? Daran könnte ich mich erinnern. Wieso habe ich dieses Kleid an? Was hast du mit mir gemacht? Frag doch deinen alten Bekannten, mit dem du gestern abgerauscht bist. Vielleicht weiß der ja, wo deine Hose ist. Etwas hat mich gebissen. Jetzt will ich, dass du wieder so bist, wie du warst, bevor ich wollte, dass du wirst, wie ich wollte, dass du bist. Ein Steak mit Knoblauchsoße, Bratkartoffeln und ein Bier. Kann ich Knoblauchsoße sein? Ja, natürlich. Verdammt! Das ist nicht normal. Wer ist der Biss abhandengekommen? 1? Fam? 1? 2? 5?